Hallo Leute, willkommen zur Folge 6 von ARK. Ich habe es letzte Folge mal wieder geschafft. Ich habe überlebt. Es ist gerade Nacht, der Mond geht gerade unter. Oh, das sieht gut aus. Ich muss die Türe, ich muss die Türe aufmachen. Aber ich habe da irgendwas rumrennen können. Wir sind ja dabei, unsere Häuschen hier zu vergrößern. Das dauert allerdings noch. Reparieren, abreißen, reparieren. Aber dafür müssen wir jetzt dann auch ordentlich nochmal, ich glaube Stroh, Stroh müssen wir fahren. Und Holz haben wir jetzt auch. Ja, 5 Holz haben wir noch. Ja, Holz und Stroh werden wir jetzt gleich fahren, sobald es Tage ist. Dann machen wir uns auf die... Oh, ich dachte, da wäre was. Ich habe schon ein bisschen Schiss hier. Dann machen wir uns auf die Suche nach Holz und Stroh. Weil, ja, unser Häuschen ist ein bisschen arg klein. Arg klein. Und wir müssen gucken, dass wir mit den XP ein bisschen hochkommen. Weil sonst können wir uns eben eigentlich nichts machen. So, verdirbt in 13 Minuten, 40 Sekunden. Dann sollte ich mal die Bären voll essen. Gut. Ja, immer die falschen Tasten drücke ich hier. Nakko-Bären. Ja, sind jetzt verdorben. Äh, 7. Wenigstens noch, noch ein bisschen haben wir was da rausgekriegt. Da haben wir noch ein paar Bären. Gut. Fasern haben wir genug. Stroh haben wir nicht. Und... Holz haben wir nicht. Oh, wir sind gut gesättigt gerade. Fleisch haben wir ja auch noch ein bisschen. Aber ich dehydriere gerade übelst schnell. Das heißt, wir müssen jetzt raus. Wir müssen ins Wasser. Aber nicht zu lange. Und es kommt also ein böses Tier aus dem Meer. Und dann, äh... Wasser ist wieder gut. Nahrung ist gut. Dann können wir uns nochmal auf die Suche nach anderen Sachen machen. Immer schön den Sperrgriff bereit. Boah, die Sonne geht auf. Wie geil ist das denn? Also überleg dir mal, du könntest hier unter einem Baum sitzen. Und dich sonnen. Ich hätte gerne noch so einen kleinen Dino. Einen kleinen, nicht einen großen. Einen kleiner wird mir reichen. Da hinten ist ein Flugdino. Ja, wir müssen hier auch ein bisschen exploren. Da ist ein riesen Ding. Aber ich würde sagen, der ist noch zu groß für uns. Dann, äh, Holz brauchen wir. Stroh brauchen wir. Auf geht's. Nicht so viel Holz. Lieber ein bisschen mehr Stroh, Leute. Achst, wollen wir was. Achst, wollen wir was. Shop gekackt. So ein klein wenig habe ich natürlich schon Angst. Weil ich weiß ja nicht, wo der nächste Dino aus dem Lauert. Und ich möchte ja gerade mal meinen Lauf fortsetzen. Wir sind gerade ganz gut dabei. Meiner Meinung nach. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Wir werden schon wieder schwer. Deshalb geht's jetzt auch nach Hause. Wo bin ich denn? Bin ich überhaupt bei mir zu Hause? Ich kann mich gerade gar nicht erinnern, hier schon mal gewesen zu sein. Bin, glaube ich, weiter ins Landesinnere gegangen, als ich dachte. Da ist meine Hütte. Okay, hinter meiner Hütte gibt's einen Süßwassersee. So, sind wir hier ungestört, oder? Wartet da jemand auf uns? Ungestört. Sehr gut. Dann können wir hier mal gucken. Zwei Strohwende. Zwei Strohwende. Na, immerhin. Immerhin zwei Strohwende. Wir nutzen. Gut, 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 gut. Wir kommen, wir kommen. Was? Kappenmarkierung setzen. Ah, das ist ja gut. Äh, mag ich annehmen. Ja, aber welchen Lenkrad haben wir denn hier? Das M-Map? Ja, aber ich kann die... Ah, doch, hier. Äh. Wo halten wir uns auf? Ich sehe hier keinen Punkt, der jetzt sagt, du bist da. Also müssen wir noch ein bisschen, wir müssen sowieso noch ein bisschen Stroh sammeln. Ich habe hier gerade einen kleinen Leck. Meo-Bären, Ammer-Bären, Stim-Bären. Fasern können wir eigentlich immer recht gut sammeln, merke ich gerade. Fasern haben wir kein Problem. Aber Stroh. Oh, immer ein bisschen die Bären im Auge haben. Wann die verderben. Die untersten sehen wir leider nicht. Machen wir mal so, dass man die angucken kann. Das Fleisch hat auch noch 5 Minuten. Da ist ein... Da ist ein Dino. Und das ist wieder so einer. Dammit. Nein. Ah. Stirn. Ich habe ihn gekriegt. Ich habe ihn... Ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn gekriegt. Es war knapp. Es war knapp. Aber... Ich konnte... Ich habe es geschafft. Alter. Es war knapp. Es war knapp. Definitiv. Wir machen uns mal noch ein Speer. Wir machen uns mal noch ein Speer. Ein Speer gefällt mir irgendwie. Mit dem Speer komme ich im Moment recht gut zurecht. Klar, ich habe jetzt am Ende mit... mit einer Spitzhacke drauf gehauen. Aber das ist ja wurscht. So. Dann gucken wir mal, was wir wieder herstellen können. Ein Wasserschlauch. Und was macht der? Gut, um dich hydrieren zu lassen, verliert aber langsam das Wasser. Machen wir trotzdem mal. Wir machen einen. Gegenstand. Muss ich denn jetzt irgendwo... Kann ich den jetzt irgendwo hier in die Hand nehmen? Oder so? Nö. Äh, warte mal. Essen. Essen. Nö, Inventar. Essen. Essen. Und irgendwelche Bären... Nö, sobald ich esse, dehydriere ich auch. Das ist interessant. Dann gehen wir einfach mal hier ein bisschen warten. So. Ich hydriere jetzt immer wieder. Was ist jetzt? Habe ich jetzt zu viel gefressen, oder was? Oh, ich bin benommen. Warum denn das? Ah, jetzt singt's wieder. Okay. Kann natürlich sein, wenn man zu viel frisst, dann... So, warte mal. Inventar. Wir müssen irgendwas wegwerfen. Und das Beste ist eigentlich, wenn man... Okay, mit der... Kann man auch... Ne, eh. Inventar öffnen. Holz haben wir genug. Feuer entzünden. So, Fleisch verdirbt in zwei Minuten. Ah. Ah, eigentlich brauchen wir nicht so viel essen. Das, äh... Verschwemnt man jetzt gerade einig. Ist ein bisschen schade. Aber bevor wir es wegwerfen, dann nutzen wir es wenigstens für das bisschen hier noch. Eh, innen kann er öffnen. Warum verändert sich das eigentlich? Feuer löschen. Feuer löschen? Wir wollen ja nicht, dass die Bude abbrennt, oder? So. Jetzt müssen wir das eine Fleisch noch essen. Was? Alle drei? Warum, 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 warum? Warum wären die alle drei jetzt kaputt gegangen? Was soll denn das? Jetzt haben wir wieder keine Ahnung mehr. So, Stein fallen lassen. Weg damit. Das blockiert uns bloß. Oh, da ist ein Dino. Wir müssen immer noch Stroh fahren. Wir kriegen hier eigentlich gerade bloß Holz. Guck mal, was hier passiert. Wenn ich mit dem Stock draufgehe, dann gibt es am meisten. Dann gibt es eher... Na, wenn ich mit dem Sperr draufgehe, dann gibt es Stroh. Dann machen wir das. Dann gibt es einen Strohbaum. Kann ich das hier auch? Natürlich ist es ein bisschen Verspendung, was den Sperr angeht. Aber wir kriegen dafür die Ressourcen, die wir brauchen. Dann müssen wir noch einen machen. Sammler und Jäger eigentlich. Was anderes machst du hier nicht, glaube ich, oder? Kommt, ich bursch, will ich auch noch. Nein, primitive Wackel ist kaputt. Dann machen wir uns eine neue. Was soll denn das? Meinen Sie, das juckt mich, dass die Wackel kaputt ist? Aber wir sollten vielleicht mal noch einen Stein kloppen. Weil ich glaube, Feuersteine haben wir auch keinen mehr. Einen. Hock. Aber ich glaube, es gibt auch Metall. Metall. Kaputt. Kaputt. So. Bald haben wir Strom. Alter, wir können vier Wände machen. Und ich glaube, das reicht dann sogar schon. haben wir mal ein Level ab. Yo. Äh. Nein. Nein. Warum kann ich die nicht abreißen? E. Hold to activate. So, können wir uns jetzt noch eine neue machen? Oder müssen wir erst wieder farben gehen? 7. 7 Stroh brauchen wir noch. Mann, 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 Mann. Ja, ich weiß, ich habe ein Level Up. Das steht da auch. Äh, ähm, 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 ähm. Okay. Tja, mit einem Sperrschlag kaputt gemacht. Ich glaube, das reicht sogar schon. Müsste zumindest reichen. Nahrung sieht auch noch gut aus. Jetzt habe ich... Wisst ihr, ich habe so langsam auf den Dreh raus, wo ich hingucken muss. Ja, wo ich meine Informationen bekomme. Das habe ich ja am Anfang überhaupt nicht gewusst. Also ich wusste ja gar nicht, wo ich hingucken muss. Damit ich irgendwelche Unwurs drücke. So, jetzt machen wir uns noch eine Strohwand. Und dann ist unsere Häuschen schon dreimal zwei groß. Ähm, die neuen. So, schön. Ähm, so, jetzt machen wir... Gucken wir nochmal, ob das Repariert, äh, das Abreißen jetzt klappt. Ah. Das will nicht. Ah. Nein, ich muss... Jetzt warte. Abriss? Hä? Warum will das nicht? Abriss. Ah, ich muss ein bisschen warten. Und dann kann ich es abreißen. Okay. Okay, okay, okay. Ich möchte das Lagerfeuer gerne woanders hin machen. Ähm, Inventar, Lagerfeuer benutzen. Ich hätte das gerne so ein bisschen... Ein bisschen mittiger. So ist gut. Gut. Dann, äh, was sagt die Nahrung? Nahrung ist noch da. Wasser braucht man. Wie immer. Sieben. Drei. 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 Busch anpflanzen. Kann in kleinen, mittleren und großen Pflanzbeeten gesät werden. Okay. Okay. Gut. Ähm, Level Up. Level Up. Wart doch noch was. Öh, hallo. Warum... Warum wird denn hier nichts angezeigt? Level Up verbügbar zu einem Inventar benutzen. Achso, das ist so ein Level Up. Wasser könnte man mal hoch machen. Acht Punkte gekriegt. Heide Fitzka. Ähm, Manuel Grasnitzer hat gesagt, ich soll mir eine Steinschleiter machen. Aber ich würde mir gerne einen Schlafsack machen. In der Hoffnung, dass ich damit die Nacht überspringen kann. Geht das? Kann ich mit dem Schlafsack die Nacht überspringen? Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich lange jetzt mal die Stoffhose und das Stoffhemd. Damit ich mal nicht immer so schutzlos bin. Und dann gucken wir mal. Stoffhose können wir uns herstellen. Und Stoffhemd auch. Juppa. Dann ziehen wir uns nämlich noch neu an. Jawoll. Na, das sieht doch schon viel besser aus, oder? Was denkt ihr? Hier. Wir haben ein bisschen was an Kleidung. Dadurch sollten wir eigentlich auch nicht, also weniger verletzt werden. Und weniger Kälte empfinden. Das ist schon mal gut. Ähm, das war es auch schon von der heutigen Folge. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, hier das Häuschen zu erweitern. Zu merken, dass ich vorankomme. Ja, dass ich nicht mehr so oft sterbe. Dass ich genug Essen habe. Aber auch essen, das lecken wir noch ein paar. Ein paar Beeren. Ähm, ja, das ist alles ganz supi. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bei ARK. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.